Oh mein Gott, Leute! Heute gibt es endlich mal wieder eine Stumbleguys Nicht-Lachen-Challenge. Doch heute ist ein Special Guest mit am Start. Nämlich habe ich mir heute einfach mal Max geholt. Was geht? Guck, guck! Hallo, Lom! Bist du da? Ja, hallo. Max, weißt du, was wir heute machen? Was? Max! Ich habe gefragt, weißt du, was wir heute machen? Nein, Stumble? Nein, ja, so ähnlich. Wir machen heute eine Nicht-Lachen-Challenge, aber in Stumbleguys. Das heißt, heute ist es deine Aufgabe, nicht zu lachen, okay? Du darfst nicht lachen. Nicht lachen, okay? Nicht lachen! Ja. Kriegst du das hin? Max, kriegst du das hin? Max? Gialom! Kriegst du das hin? Gialom, ich habe doch genickt. Ich sehe es jetzt, okay? Lasst es euch gefällt, einen Daumen da, abonniere den Kanal und aktiviert die Glocke und ansonsten nicht lachen, Max, okay? Sonst bist du raus. Und der Verlierer kriegt heute die heftigste Bestrafung. Kriegst du mir 10.000 Stammel, wenn du verlierst? Nein, wenn man verliert, kriegt man die heftigste Bestrafung heute, okay? Welche? Das erfährst du am Ende. Wenn es so weit ist, du wirst es sehen. Pass auf. Okay, in 3, 2, 1 und wir fangen an, Leute. So, es geht los. Wir sind drin und... Auf what? Welche... Ey, es geht schon wieder so los, nein! Erwählen... Wax, es ist gerade mal die fünfte Sekunde, wir hören doch auf. Hallo, du sollst nicht lachen! Was? Ja, auf zu lachen! Kannst du Video weitermachen, bitte? Ja! Okay. Warum machst du Pause? Willst du direkt rausfliegen, oder was? Hm? Willst du direkt rausfliegen, oder auf zu lachen? Kannst du weitermachen, bitte, Long? Ja, aber darfst nicht lachen. Das ist eine Nicht-Lachen-Challenge. Oha! Das ist der Goldene, der kommt da an ihn angreifen. Ich sag nichts weiter. Oha! Ey, was war wegge... Der ist weggeflogen! Der ist mal weggeflogen! Der ist weggeflogen! Sorry, aber du hast jetzt ein Leben weniger. Du hast das Gefühl schon 10 Mal gelacht. Jona, du hast schon 10 Mal gelacht jetzt mittlerweile! Warum? Ja, du darfst nicht lachen! Ah, du hast gesagt, ich soll das Video gucken! Ja, wir gucken weiter, komm! Und... Oh nein! Oh mein Gott, hallo! Oh mein Gott, Max! Der ist weggeflogen! Ja, oh mein Gott! Dicke, Ausnahme, du kriegst jetzt... Komm! Einmal drück ich in den Augen zu, einmal! Okay, und... Wer ist das? Tschüss! What the? Hä? Der ist wieder zurückgeflogen! Der hat sich voll krass gesaved! Okay, wir gucken weiter! Spinger Road! Nein, nein, nein! Oh mein Gott, nein! Der hat ihn in der Hand, dann hat ihn runtergeworfen! Oh, Mann! Lom, das bist du! Kannst du weitermachen? Du machst mal Pause! Ich kann das nicht mehr! Ich kann das nicht mehr! Ich kann das nicht mehr! Hallo, hör auf! Ne, tut mir leid! Willst du direkt Bestrafung haben, oder was? Hör auf zu lachen, Max! Oh Mann, das... Mach ich doch gar nicht! Warst du da ein... Der ist runtergefallen! Warst du da ein... Oh, Ninja! Jetzt gibt's Action! Pass auf! Oh mein... Der hat ihn runtergeboxt! Und er... Ich hab ihn einfach runtergeboxt! Lom, Lom, Lom! Nein! Hey, hey! Oh mein... Der ist so fies wie du, Lom! Oh! I will send you to Jesus! Der hat einen Schuh in der Hand gehabt, Lom! Ich hab ihn einfach runterge... Hast du das zu sehen? Junge! Er boxen! Je! Oh mein... Lom, der ist einfach runtergefallen! Du hast... Du hast wieder gelacht! Hm? Dicke, ich kann das nicht mehr, Leute! Ey, Max, komm! Ich geb dir... Ich geb dir ein letztes Bonusleben! Ein letztes Bonusleben kriegst du, okay? Ausnahme aber! Aber ich wollte doch nur das Video gucken! Ja, aber du darfst nicht mehr lachen, sonst kriegst du eine Bestrafung! Was? Du hast doch ein Bonusleben jetzt, okay? Verbrauch das nicht! Du darfst nicht lachen! Der ist... Der ist... Der sieht aus wie mein Bruder! Der ist auch ein Eierkopf! Der immer so rumbrüllt! Leute, was soll ich noch machen? Guck mal! So macht Kevin auch immer! Der sieht aus wie du! Der hat auch seinen Kopf! Und seinen Brokkoli! Und seine Nase! Der grüne! Das war jetzt absolut nicht lustig, Max! Wirklich nicht! Das... Dicke, hallo! Was macht... Er boxt jeden... Nein, nein, nein! Er macht... Bruder, er hat jetzt drei Leute da reingeschoben! Die hat jetzt drei Leute da reingeschoben! Kannst du weitermachen Wie viel Leben soll ich dir denn noch geben Hallo Nein Oh mein Gott Alle den Tod Er hat einfach jeden rausgebrannt What the Okay Es geht los Oh nein Jetzt ist er weggegangen Jetzt ist er wieder da Nein er versteckt Nein er macht nicht Er will sich dahinter verstecken Und dann so ehrenlos rüber Oh nein Ey das ist wirklich ehrenlos Ich verstehe das nicht Der denkt jetzt Er kann jetzt hier laufen Der ist einmal an der Seite gekommen Das ist eine nicht lachen challenge Max Wirklich jetzt das letzte Leben Wirklich jetzt Ein Leben wirklich Aber ich möchte nur das Video gucken Ja du darfst nicht fallen Versuche nicht zu lachen Max Okay hopp Da sind alle Osterhasen Hast du schon mal einen Osterhasen gesehen? Nein Aber jetzt Los Hast du schon mal einen Osterhasen gegessen? Was nein Das ist ein Eichhörnchen? Das ist ein Eichhörnchen Oh es gibt Action Mark Pass auf Pass auf Tisch Tisch Es gibt Ärger Guck mal was die machen Das ist ein Eichhörnchen? Das ist viel zu schnell Das ist viel zu schnell Guck mal was die machen die machen Die machen links rechts und unten Das ist ein Eichhörnchen Das ist ein Eichhörnchen Den Putty Der Bruder Der mit den Minecraft Oh mein Gott Ist du los Max? Er ist raus! Bruh Der macht seinen Tanz mit den Osterhasen Und wackelt ihm vor vor Max Wenn du noch einmal lachst Wenn du im Moment nur noch einmal lachst Dann ist es wirklich vorbei Max Wirklich jetzt Was ist am Ende? Oh nein 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 Er macht mich schon wieder so Der Gesicht Nein 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 So ehrenlos No Hä? No Er macht den Wurm Das ist du Lomm Hä? Warum denn ich jetzt? Lomm Da hast du auf den Boden gemacht Was macht dein PewDiePie da? Oh nein Mach Hey Hey Hör auf jetzt zu lachen Oh mein Gott Oh mein Gott Du wirst die fetteste Bestrafung der Welt bekommen Warum? Warum ist er eine Banane? Nein Oh da ist er Der ist fast in die Banane gelaufen Oh mein Gott Er guckt mir in die Seele Wer? Er Hä? Oh mein Gott Der hat den runtergeworfen Der hat den runtergeworfen Er hat einfach runtergeboxt Was? Was macht er jetzt? Oh nein 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 Tu es nicht Oh mein Gott Wie ehrenlos Er hat gar keinen Bock mehr Nein 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 Es ist Ja Max Sag mal Hallo Es ist eine nicht nicht lachend Ich kann das alles nicht mehr Max Ja Kannst du weitermachen Ich möchte noch zu Ende gucken Leute Was soll ich nur machen? Ich bin um der Weinente Bravo Cherry Nein Nein Junge Nein 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 So nächster Clip Max Er muss Update machen Er macht Update Es lädt Er geht rein Hä? Äh Er hat nicht genug Champs Oh Mann Ok A Freespin Ok Er dreht jetzt ein Freespin Und was bekommt er? Und und Er hat 10 Champs bekommen Nice Das ist doch gut Da kann er sich den Huhn kaufen What? Hallo Guys Oh nein Was geht das jetzt da? Moips Moips Hä? Da meine Ziege Oh Mann Oh Mann Ganz so nett Ey aber du hast Chimina gelacht Also schau mal Ich habe noch ein Leben jetzt Ok aber du hast Du hast schon 10 Leben verbraucht Oh Mann Ja, ich mache einfach weiter den Knie. Ich mache einfach weiter den Knie. Wieso? Ja! Der macht den Popo-Tan! Kannst du mir den Popo-Danz schenken? Oh nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh der ist runter! Max! Stopp zu lachen jetzt! Da war so ein nackter Mann in einem Pool! Ich kann das nicht mehr! Leute! Max, du darfst nicht lachen! Hä? Oh man, wo fliegt er denn hin? Hä? Du hättest in ein Loch gefallen! Okay! Was geht jetzt ab? Oh nein! Er schafft es nicht! Er schafft es nicht! Oh nein! Okay, Lost Temple, Leute! Okay, er spre... Oh, da waren die Hühn... Da waren die Hühnchen noch da! Ich hab die Gehast, diese Hühner! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er war zu weit geslappt! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Er wartet und will... Digga! So ehrenlos! Guck ihn dir an! Digga! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lava lead! Er... Er... Mein Gott! Er hat ihn runtergeworfen... Aber er hat dich gerade geworfen... Oh nein! Er ist noch rausgefallen! Magst du jetzt aufzulachen? Der ist in den... Oh! Oh! Hä? Warte, warte, warte! Hä? 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 Was ist jetzt los? Oh, ich weiß nicht! wundersch Franco er kickt ist er dumm? Hello? Der ist in Steelgang Ok, er rennt weiter lost temple er kickt alle weg ok ok, Max, der rennt jetzt hier noch 10 Jahre ich glaub das ist das ende Max Also jetzt ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wie die Punkte verteil... Hallo, bist du überhaupt da? Ja, kannst du weitermachen? Ich habe keine Ahnung, wie die Punkteverteilung ist. Wahrscheinlich 3 zu 100. Das heißt, Max, du hast verloren und du kriegst jetzt deine Bestrafung. Was denn? Warum muss ich irgendwas machen? Kannst du mir 10.000 Stammel geben, weil ich... Nein! Ich habe mehr gelacht als du. Du kriegst jetzt deine Bestrafung und weißt du, was deine Bestrafung sein wird, Max? Was? Weißt du, was deine Bestrafung sein wird? Ich mache das nicht. Ich möchte 10.000 Stammel. Pass auf, wir einigen uns. Die Leute dürfen jetzt in die Kommentare schreiben, was du im nächsten Video als Bestrafung machen musst, okay? 10.000 Stammel. Und der Kommentar mit den meisten Likes, das musst du dann machen, okay? Das heißt, Leute, ihr kommentiert jetzt, was Max in der nächsten Folge als Bestrafung machen muss. Seid realistisch und der Kommentar mit den meisten Likes musst du dann machen, Max. Kannst du weitermachen, das Video? Nö, du warst verloren, das ist vorbei. Schreibt es in die Kommentare, wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein, bis dann. Wir sind raus. Ciao.